junge was geht und willkommen heute geht es darum ich habe jetzt bei meinem guten schätzle hier ein kleineres ritz verbaut und meine neue brille auf ich bin jetzt schon mal einmal hoch und runter gefahren an meiner hausstrecke um einfach mal zu abzuchecken wie wieso einfach so ein bisschen das gefühl ist und ich bin echt sehr positiv begeistert und ich würde sagen wir fahren jetzt einfach mal hoch wenn die autos weg sind und checken das einfach mal ab gemeinsam dann seht ihr auch ein bisschen wie das rohrrach so verläuft ich weiß gar nicht ob ich mal so ein komplettes video dazu gemacht habe man einfach mal so probelauf ich merke schon leicht am anfang unten rum unten rum marschiert ihr jetzt in jedem gang eigentlich vorwärts das ist so krass und ich muss meine linienführung noch ein bisschen verbessern das schreiben wir auch immer wieder mal welche leute in die kommentare dass ich zu weit links war bei den links kurven war ich immer zu weit links gerade so beim anfang schon gemerkt der zweite deshalb genauso kurz jetzt übersetzt wie der erste kommt mir vor also geil der fährt sich genauso als ich fahr an schalt den ersten schalt sofort den zweiten sofort in den dritten also die unteren gänge sind echt saumäßig kurz müsste echt mal testen wie sich denn der wheel jetzt verhält im dritten gang um euch da noch genauere infos zu geben aber ich bin mir ziemlich sicher dass die jetzt ziemlich richtig schnell in den wheelie geht im dritten aber ich weiß auch nicht ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig wegen dem dreck ich hab's mal nämlich rausgelegt weil auf der rechten seite zu viel dreck war ja und deswegen war ich immer lieber ein bisschen weiter links als rechts ist ein bisschen blöd natürlich gerade bei ohne übersichtlichen kurven aber ich hab's halt schon mal raus geschmissen mit der xc deswegen weil einfach so kackdreck noch auf der fahrbahn ist jungen alt habt ihr das gesehen war zum glück noch nicht zu spät aber trotzdem behindert die klingt auch so pervers ich tue jetzt einfach mal kurz den go pro ton einblenden weil die karre die müsste echt mal gehört haben richtig geil das ist wenn ich wenn ich die karre wenn ich die karre jetzt hier hoch drückt zum beispiel dann ist es so dann wird die so richtig schön laut richtig geil ich bin so überlegen ob ich mir meine plastik hier schwarz machen lassen soll ich hätte schon übel bock drauf dass sie mal schwarz sind weil das weiß es trägt einfach auf und ich würde gerne mal sehen wie die dann aussieht so direkt so nicht auf bildern sondern einfach mal sehen wie die aussieht wenn sie einem vor einem steht das muss ich unbedingt mal dann testen ich weiß nur noch nicht wie ich das genau mach aber das kriegen wir so in den nächsten videos hin was ich auch noch verändern will oder unbedingt jetzt mal machen sollte ölthermometer verbauen das alte hat ja nicht funktioniert jetzt habe ich mir ein neues gekauft und habe es immer noch nicht dran gemacht box da ist vorne habe ich auch noch nicht gemacht da bin ich mir immer noch unschlüssig was ich machen soll ob ich mir ob ich weiß wie die hinteren die sind aber auch schon heftig dreckig die einzelnen putzen das hat schon stressig aber ja leute das soll es eigentlich zu dem video gewesen sein ich wollte einfach also meine ersten eindrücke festhalten wie sich so das ritzel behält im gebrauch kann auf jeden fall schon mal sagen sie wirkt ein bisschen aggressiver sound der vergeltung geil habe es bis jetzt mal noch nicht bereut und warum sind die gänge jetzt echt kurz der zweite den wenn man jetzt gerade beim anfahren ist eigentlich so gut wie unbrauchbar geworden in so engen kurven ok da ist eigentlich ganz nice genau was sie noch sagen kann ich habe mir noch so für die gopro selber so ein windschutz gekauft wird erst aber erst geliefert und dann kann ich auch mal einfach so ein rohr video aufnehmen ohne gelaber wenn ich mal richtig baller und ich hoffe dann sind die windgeräusche auch weg weil einfach der wind zu krass ist der hustet vollgas rein ja ich werde auf jeden fall jetzt noch mal kurz in die gp kurve mich streuen und einfach mal ein bisschen den mopeds zuschauen wie sie so hochheizen das soll es jetzt mit dem video gewesen sein ich hoffe euch hat es gefallen der sommer kommt ich merke schon und dann sieht man sich spätestens im nächsten video danke fürs zuschauen leute haut rein bis zum nächsten mal